Konkret noch einmal, Sie sind jetzt sehr, sehr optimistisch, dass wir die dritte Rate bekommen. Warum? Wir sind direkt erstens in Schottland von einer ortsansässigen Anwaltskanzlei einer sehr renommierten Vertreter. Und zum Zweiten haben die Rangers bereits den Kontakt mit uns gesucht und auch bekommen selbstverständlich. Wir verhandeln mit wichtigen Persönlichkeiten der Glasgow Rangers und daher stimmt mich das optimistisch, dass wir den größten Teil der offenen Summe bekommen werden. Sie müssen mir bitte noch diese Frage beantworten, wo ist das Geld hin? Das stellt eben der Michael Mattl diese Frage, Transfers, Einnahmen, Europa League. Es geistert immer so umher, wo sind die Millionen hingekommen? Vielleicht kann man auch hier mal ein bisschen konkreter werden. Also ich habe zunächst schon festgestellt, aber ich wiederhole das gerne noch einmal, dass wir zu Beginn jedes Budgets die Ausfinanzierung nicht sichergestellt haben und dass wir jeweils zusätzliche Einnahmen in der größten Dimension von zwei bis drei Millionen brauchen, um ausgeglichen bilanzieren zu können. Was die hohen Transfersummen betrifft und dafür bin ich ja eigentlich den Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie das eigentlich auch zustande bringen, so geistert in den Medien, wenn man die letzten Jahre betrachtet, eine Summe, glaube ich, von etwa 17 Millionen immer wieder in den Medien herum. Wahr ist vielmehr, dass natürlich nur ein Teil dieser Beträge auch in die Vereinskassen fließen. Und zwar nicht deshalb, weil sich irgendjemand etwas abzweigt, sondern weil wir vertragliche Verpflichtungen haben. Das trifft oft zu, dass ein Spieler einen Vertrag nur verlängert, wenn er garantiert bekommt, dass er für den Fall eines Weitertransfers daran beteiligt ist. Das gilt oft auch für Vereine, von denen man einen Spieler günstig erworben hat, der sagt, aber wenn er weiter verpflichtet wird, dann bin ich beteiligt an diesen Transferlösen, dann Provisionen an Spielervermittler, sodass ich feststellen kann, von denen in den Zeitungen immer wieder herumgeisternden 17 Millionen sind dem Verein knapp 8 Millionen netto verblieben. In fünf Jahren. Und das ist ein Teil dieser zusätzlichen Einnahmen, die wir benötigen, um mit dem Verein ausgeglichen bilanzieren zu können. Und das ist ein Teil dieser Beträge, die wir benötigen, um mit dem Verein zu machen.